Vor langer, langer Zeit war im Son-Chan einer mit dem Namen Glücksdrachen. Er beschützte die Prinzessin. Nur sie konnte ihn sehen. Was man plant und was man sich wünscht, ist oft sehr unterschiedlich. Seine Träume und Wünsche kann man nur nachts sehen. Tränen sind ein Ausdruck von Unfähigkeit. Mit Kung Fu ist es so eine Sache. Wenn du es lang genug durchhältst, kannst du eines Tages dein Haupt erheben. Ich denke, der Drache ist direkt neben mir. Er geht dorthin, wo ich hingehe. Ein Vogel im Käfig ist glücklich. Frei oder nicht frei, das ist nur ein inneres Gefühl. Die Fäden wurden mit einer Feuerzange gezogen. Wie viele Stiche? 16. Hast du eine Betäubung gekriegt? Nein. illustrations Untertitelung im Auftrag des ZDF